Hey Leute, Redis ist hier und du, genau du, bist auf meinem Gaming Kanal gelandet. Wenn du dich für die klassischen Retro Games interessierst, dann hier bei mir bist du genau richtig. Da ich in meiner Zeit viele coole Games verpasst habe, möchte ich diese gerne nachholen. Warum ist mein Kanal besonders? Hauptsächlich handelt es sich um Retro Games. Nicht desto trotz möchte ich aber auch die neueste Spieler zocken und ihr könnt mir mit dem Wahl auch helfen. Wenn du Vorschläge hast, dann gerne. Schreib diese unten in den Kommentar. Also, wie du gemerkt hast, meistens in meinen Videos handelt es sich um All Boases No Damage. Was heißt es denn genau? Das heißt, dass ich jeden einzelnen Boas ohne Schaden besiegen werde. Ich zeige dir meine Skills in den meisten Spielen, versuche mich aber dazu immer wieder zu perfektionieren. Das macht mir unglaublichen Spaß, diese Fähigkeiten, die ich über Jahre gesammelt habe, mit euch zu teilen. Ich habe mir wirklich große Mühe gegeben, um diesen Trailer zu erstellen. Ich würde mich gerne freuen über Kommentare, Likes und Abo. Vielen Dank! Enjoy it! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020